Amstieg? Das wäre doch super. Haben wir am Amt wieder in der Ausstellung? Ja, das ist am 3. Mai. 3. oder 4. Mai in der Turnhalle. Aha, in der Turnhalle. Und da machen wir technische Sachen, die Jugendliche machen und so. Oder Lehrlingsarbeiten. Ja, das ist super. Ich arbeite ja auch nicht im Container. Weißt du, meine Containerhäuser? Das kann man genau zeigen. Das ist lustig. Kannst du den hier hertransportieren? Ah, das ist super.